Leute, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe nur... Ich habe auch schon mal eine Hoffnung gestartet. Ja, liebe Leute. Ich glaube, ja, liebe Freunde. Hinter mir ist wieder mal Creep explodiert und das wurde wieder mal nicht aufgezeichnet. Der hat mir ein Stück von unserem Granitweg weggesprengt. No, ja, boah, gescheit. Da oben meine Laternen. Das ist das Hecht-Eklager. So haben wir noch Granit. Ja, die Laterne hat auch wieder... Und falls euch wundert, diesmal mit kein Shader. Ja, ähm... Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ne. Das hat bei mir... Ihr habt es ja eh anscheinend mitgekriegt. Das hat bei mir irgendwie nicht zu gescheit funktioniert. Der andere irgendwie Grafik-Bugs und das war so grässlich. Und es hat dadurch auch die FPS ein bisschen... Ich konnte nicht mehr gescheit das Feuer löschen, ohne dass ich da ein solcher Ruckel habe. Stimmt, das Feuer. Oh, es sind schon sauviele Hühner da. Jetzt habe ich das Stand-Line-Texture-Back. Wow, so du warst das. Ich war gerade in einer Truhe. So dumm, ich habe nichts gemacht. Du hast nur drei... drei Striche bei mir. Wirklich? Detroit. Na ja, wirklich. Das war's sicher du, Alter. Wieso zündest du auch das Haus an? Äh, ich sag's nicht. Wieso machst du das? Welch Wummi has? Heißt du das erlaubt? Ja, gestern. Neta, so da liegt mir das. Was ist das? Neta-Warzen. Oder was ist das? Seelen-Sanz-Zugrei. Krankti-Aus. 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 Du musst das Buch irgendwie diesen. Du wirst es so cool. Steil-Aus. Ich... Is fresh? Fresh am Bloor. So, wir haben nur gestern. Da haben wir Mop-Trobs. Mop-Trobs. Da... Eichenschützlinge. Da... Mop-Trobs, da... angebot das haben wir dann auch ried so wie der rede zur bruchstelle ich wollte fahren gehen wäre ja ich habe eh nicht anders zu tun ich bin ich will ich hätte gerne den mega leben also ich hätte gerne wieder 30 fern ich mir gerne und dann nicht so viel wird sondern sich fiend wir bräuchten 2 blöcke 26 blöcke letzten ich finde dass sie sind zu wenig ein block ich nehme eine zweite reisensspielzeuge mit und dann verpiss ich mich die nehmen gleich mehr mit enderperle habe ich mit den unnötig das ist eine schaufel habe ich mit ok auch auch fresh so ich gehe mal heute hier keine glücksspitze mehr am harm er stimmt die brüller brüller danach habe ich dann eh am tag als wir bekommen das war am sonntag und ich habe am montag urhalte gehabt luft bei dir ja aber leute was für ein pech ohne witz was für ein pech ist es bitte schön das dass ich gerade die hexe war ja schon ziemlich weit weg die hatte die nicht geworfen die hatte die richtig nach mir geschossen wie so ein gewehr bitte das so dass die krexigen nochmals aus mit so ich weiß nicht bringen wir nach nie da ist auch noch der king der boss also hier auch kein wasser den endermann greife ich an vielleicht krieg ich noch eine enderperle was gibt jetzt zwischen den schlag er tötet mich denken sie ich bitte du scheiß nah wow ich kann schon mal 10 10 stunden essen dass es mal was bringt eine kuh und mein schwertes weg alles ist einfach weg schwein und rafael steht da ich würde diese billigen witze über mich da steht ein daniel ok das geht noch ich bin ich bin ich bin es ist die genau so wie ich will du joholte wenn du weißt du wie schlimm das ist ich hätte er liebste ich bei also wie ich mir die folge angeschaut nochmal holen können ich hätte so guten Stoff Stoff wir brauchen wir das noch ein Skelett im äthertik zu viel Erde nieder niederziegel ich habe dich doch gesehen ok das ist das ist das k das bruchstehen botter fahrg buchstehen sie dir richtig grässlich aus in dem teckte weg ich schätze den kräft brauchen wir nicht er ich brauche mich jetzt da nicht wenn man wollte mich unnötig und ich brauche mich da schon runter ich brauche kohle aber ich kann mir am anfang noch mit dem vorzeit licht machen ich zünde alles an die ganze höhle an was ist wenn ich zu hause noch mal anzünde ich frage lieber nicht es muss gar nicht mehr im körper so was wollte ich so schön machen genau genau ich halte ein Hausverbot da ist ein rechterer bei Hause das ist es nicht blöd denn nun spreche ich mich oder freu ich mich erwarten ziemlich die Bude von ihnen halten und ist er Lohr zu schicht da kann das dann hätte heute alleine nicht ja ich bin sie sind heute in Spurenblatt gefahren aber ich wollte nicht aber ich weiß nicht aber ich glaube ich nicht allzu lang so so können wir wenigstens Fackeln machen jetzt brauchen wir das Feuerzeug auch nicht mehr das brächtet mein Feuerzeug noch kaputt nur mit so einem Nussern direkt da das passt dann ist es nicht so ganz meins irgendwie und zwar wenn ich noch am Textureback anpassen bin dadurch dass ich ja jetzt jedes Textureback nehmen kann weil ich glaube das liegt an Forge weil ich habe nämlich Forge reingezogen dann habe ich also ich habe Forge ganz mal installiert dann habe ich Optifine reingezogen waren keine Bugs und dann habe ich den Shader reingezogen und dann ähm waren die Bugs auf einmal da aber nur wenn ich ohne also nur boah sieht das nice aus vielleicht kann ich nur Shader installieren mit Optifine ich bin nicht mehr Optifine drinnen jetzt ich spiel ganz normal ich spiel ganz normal ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin richtig verwundert mit 90 FPS mit einem schon starken Textureback 1 8 so das schon können sie meine Grafiken auch noch sehen angeben so ich bin auf der Höhe 30 ich höre laber laber ich höre laber laber ich bin jetzt ich bin mir nicht sicher wo es ist nacht wie es wird so schön wenn ich zum Mond fliegt ich bin in der Minenschacht das muss ich danach zeigen wo wir da habe ich so habe ich da sowas rei geschnitten in einer Folge wo ich gesagt habe ja wie würde es auch schon wenn ich mich zum Mond fliegt da habe ich dann aus das 8 6 die die aus von der Captain Future Musiker im Jahr ich sehe ich habe ich habe Minenschaft gefunden ja ich spür ich schwöre Traum liebt Tasche befolgt Nukule Boyz finden Minenschaft ich habe noch ein Punkt nach das ist nix für dich aber der Zei-Schein D-D-D-D-Diamanten Drei? Ja, drei Diamanten So viel? Wie ist das? Natürlich mit der Glücksspezake, weil das jetzt richtig abgegangen war Ja, du nicht mehr Musst du mich noch dran erinnern? Ohne Witz Die Alter nicht mehr Was ich auch vermissen werde mit Shader, einfach nur die Fackel in der Hand zu halten Dass man Licht macht, weil das war nämlich manchmal richtig geil praktisch Ein Klipper Ah Lol Die ist schon vielleicht Alter, wenn es ein Creep explodiert, ist das so viel ein starker Pass, Alter So, da baut der Bass, baut der Bass Die Kiste Bei mir liegt das im Sparschwand Ja, der war gut Oh, ne Was sollst Ich habe gerade Ich habe gerade Wir haben Kürbiskerne bekommen Fucking unnötig Melonenkerne wäre nice Ja, also Also Ich dachte, du hast die Zwickli Ich verabreue ich nicht Wäre nice, habe ich gesagt, aber Ja, das hast du dann nachgesagt Da ist noch Lapis Da ist noch Lapis Okay, das ist jetzt Oh, es blänt, es blänt Wir haben Samstag Ich habe mich geschreckt, ja Jetzt weiß man, jetzt weiß man, wie spät das es ist Da schneide ich dann später raus Die Sirene Die Sirene Nein, bei O-Listin nicht Nein, bei O-Listin nicht Also, ich muss so wahrscheinlich schon, aber Durch das ich ja die Stimme dann bearbeitet, glaube ich nicht Schon mal Nein, weil ich werde so lange bearbeiten, bis man es nicht mehr hört die Beleute ist es auch in Deutschland so dass es um 12 Uhr mittags am Samstag die Sieg immer so das Probe ich weiß es nicht der ich weiß schon ziemlich oft in Deutschland auch aber ich auf das achtet man halt irgendwie nicht so ich weiß nicht wie ich schon mal an einem Samstag in Deutschland war ich glaube ich war schon über das Wochenende in München aber das war schon ewig her also Lohr das war das war das ist wieder komisch mir ist was sehr komisch ich vergesse in Bekommel und hab den Paluten getroffen und die Tüte die Palle weißt du wie ein echter Patrick Patrick okay okay das richtig viel Apis nein und wozu Apis war es so länger schon mehr ausgeschüttet so viel ausgeschüttet so viel war es gar nicht mit der Glücksspitzacke wäre das sicher mehr gewesen ja dann wäre das richtig viel gewesen weil der Blob das so raus das wahrscheinlich aus zwei schon ein Steak rauskriegst glück zwei bringt sich es richtig also mit Schäfer bei glück drei oder glück zehn es gibt eine die krasseste Spitzacke die ich bis jetzt gehabt habe bei glück drei und das war's was ich so mal selbst selber gemacht habe nicht verzaubert nicht verzaubert etwa zaubert habe ich sie auch aber dann habe ich sie mit Bücher kombiniert ich habe der Effizienz 4,5 Packet 2 glaube ich und dann habe ich dann einfach wieso sind die Spinnenweben der sind der ohne Spaß in der Luft hänge über über der Labe sogar hängen Spinnennetze naja vielleicht der sind paar Spinnen drinnen dass die Spinnen ihre Arbeit machen ich war vorher ich war vorher beim Spinnennspawner aber da bin ich vorbeigelaufen habe aber irgendwie nichts dagegen gemacht jetzt finde ich sie nicht mehr das macht Eisen steht ja übern Stack Eisen gell läuft da hinten war das so als habe ich den Pornokeller ah ich meinte Keller verspürt weil die ist der Pornakeller schon ja der Pornakeller ist schon das jo alter so schnell ab da ist kein doch das ist gut das ist nichts gespawnt zwei Lerner zu bekommen wo im Alltag geschickt in Porto Arkeller das Super sie die gesperrt für 18 Jahre hoch gesetzt wenn dieses Video Ernst nimmt ist dumm johann man weiß ja was ich meine ob dich geflacht hat Schiet Mojang der fixen sieht aus ich finde es so scheiße dass man keine mehrere Kisten nebeneinander stellen kann und zum Beispiel ja aber wer weiß hä ich zeig gerade ich glaub hinter mir steht einer ich hab so Schritte gehört aber anscheinend nur gelegt ok richtig creepy hier hier und zeigt dich x ich meinte die mit Pup das gehört wenn der Pupo Schatten Cooper so ich stelle mich gerade echt um Kraftmann von Fackeln, ja. Das ist eigentlich schon krass. Ich kenne alle Rezepte fast auswendig. Ich weiß... Oh, sein Zaun! Soll ich da die Schienen mitnehmen? Schienen, ja. Kann man weiterbauen mit Schienen. Ja, so das sparen wir uns ein bisschen leisen, halt. Obwohl das nicht egal wäre, aber, ja. So, 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 so. 20 Minuten geht es, ist folgreich. Okay. Ich sehe gar nicht, wie lange das du aufnimmst, wie UBS. Ja. Ah, das ist so. So, da. Ja, geil. Machen wir gleich da eine Crafting Table. Ja, dann. Hoffentlich hatte ich diese Folge gefallen. Ja, und wenn nicht, dann... Dann... Leipzig trotzdem, sonst welche er geniegt brichtend. No. Ja, das ist so, so. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das sieht man auch mal richtig lange Schwert. Richtig lange, das kann ich in den Tech-Track. Ja, dann hoffentlich hatte ich diese Folge gefallen und wir sehen uns noch bei der... Halte mal. Und wir sehen uns noch bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao.